Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Und wieder mit dabei ist der Helm, Mahlzeit, der Chrisplay, Moin, der Onkel von Gamers Check LP, Ja Hallöchen, und meine Wenigkeit, der Gawax. Richtig, neue Runde, neues Glück. Ja, letzte Folge war ja ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Und wer hat jetzt meinen Operator weggenommen? Jetzt muss ich Rekroon spielen. Der Typ halt, der hier bei uns mit Tune ist. Aber könnte gut sein, wir haben nämlich wieder das Haus, das Ding mit der Garage, was letztes Mal so gut geklappt hat. Mal gucken, was auf das kriegen wir jetzt, wo man reizt wird. Was ist das für eine Waffe? Du eine kleine UMP, ne, hast du doch da. Ja, ich habe jetzt irgendeine Scheißwaffe genommen. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder checken, wo wir es sind. Wir müssen den Bio-Gefahr-Gut beenden. Direkt draußen, wenn du die Tür rausgehst, am Billardtisch vor die große Tür, die von Mariken. Was kann ich denn mit dem Rekroon machen? Ach, genau, da, 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 hier. Ach, nein, der ist schon vorbei. Ich habe weht. Ey, da sind schon wieder Fahrzeuge. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Direkt hier vor. Der bleibt stehen, wenn der da reinfährt. Unterm Schreibtisch ist noch einer, ich sehe sie. Habste? Ach, jetzt habe ich das dämlich gesetzt. Oh, Chris, was machst du denn da? Da ist noch eine Dingens. Die Bombe liegt auch total erschissen. Komm mal bitte, kommst du mal bitte rein, dass wir hier zumachen können? Da ist noch einer draußen, nicht nur ich. Game on check. Boah, ist das übel. Ich bin draußen? Ich bin da drin? Oh, haben sie. Ach, fuck, ich bin wirklich draußen. Natürlich haben sie. Ja, dann versteck dich, so dass du von hinten kommen kannst, dass du so von hinten überraschen kannst. Da sind sie. Guckt mal, guckt mal, guckt sie, wo wir hier sind. Leute, der Kollege ist auch unten, ja. Oh, Onkel ist draußen. Einer kommt bei dir oben. Oh, Onkel, was auch? Nein, vor dir. Shit, 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 shit. Ähm, ich hat's. Kannst du mich wiederbeleben? Fuck, man, die machen mich sowas für ein Satz gerade hier. Boah, was ist denn jetzt? Ich hänge. Ich seh nix, ich bin total blind. Na, ich hänge hier, ich hab einen Bug, ich hänge in Gabax. Pass auf. Schon wieder eine Granate, ich seh nix. Ja, super, ich hab einen Bug, ich hänge. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich hänge in Gabax. Okay. Das stört ihr denn nicht, mein? Doch, hab ihn getötet, Mensch. Bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Ja, ruhig, gut. Ich drehe mich da am Schluss. Schon wieder ge- Vorsicht zur Helm, der kommt durchs Fenster. Warte, Helm, ich gucke bei der Kamera. Am Fenster ist was, am Fenster ist was. Helm, ich bin bei dir vor dem Holz, wo du gerade durchgeschossen hast und hab die Kamera. Ah, da oben ist er. Vorsicht, ich markieren, oben. Ah, jetzt ist er in den Raum. Geh mal zur Seite, Helm. Über, über, hier ist er. Pass auf, ich markieren. Ah, au, da ist noch einer. Oh, scheiße. Leute, zieht euch zurück, wir haben Zeit. Da ist er, hier, ich markiere. Kommt der von oben, oder was? Ja. Ja, genau da, pass auf. Da steht noch oben an der Treppe. Da ist noch einer. Mit Helm. Ah, hier sind drei Stück. Scheiße, mit Schild. Vorsicht, einer kommt. Scheiße, mit Schild? Stinkt der, oder was? Einer steht links hinten. Pass auf. Shit, 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 shit. Ich, ich hab nur ne Schrotflinte, der muss hier reinkommen. Die fünf. Ja, ich, also mit Schrot hab ich keine Chance. Da wär ne Granate jetzt gut gewesen. Ja. Ja, als Verteidiger haste keine. Da standen alle drei auf dem Haufen. Na, alle. Ja, ich muss jetzt aber auch nicht, was ich machen soll. Einen hab ich weggeholt. Ah, richtig, den glaub ich auch. Einen hab ich weggeholt, der von oben durchs Fenster kam, aber naja. Mist, Mist, Mist. Oh, nö, das ist meiner vergeben Scheiße. Es war mir auch, war bei mir auch so. Doch, kacke. Bin ich mehr mit dir. Unfair. Jetzt spiel ich nicht mehr. Ich spiel ich nicht mehr. Jemand hat mein Manneken mitgenommen. Wobei, jetzt müsstest du doch eigentlich genug Punkte haben, um dir noch einzuholen. Kann doch nicht arbeiten. Nach dem Spiel, ja. So, los rein geht's. Los geht's. Geh hoch. Garage wahrscheinlich. Geh hoch. Garage. Ich fahr in Garage rein. Sehr gut. Lass. Willst du ganz hoch, Chris, oder nimmst du die Etage? Na, komm ich hier rein. Okay, ich fahr ganz hoch. Ich geh, ach so. Keine Garage. Okay, Garage ist nix. Ich hab's. Wo denn? Ganz oben. Ganz oben. Schau mal, die Kameras in Position fahren. Wo fahrst du die denn in Position? Kameras. Sehr gut. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Noch fünf Sekunden. Der kann auch von vielen Seiten ran. Müsstest du ja aufteilen? Der Typ hat die richtig gut platziert. Die liegt unterm Bett. Und ich hab sie unter den Türrahmen gestellt. Guck mal. Weiß ich natürlich nicht, was ich hier hab. Wir machen was am dümmsten. Ich geh von oben rein. Ich schweige euch. Okay. Geh hier hin. Da wachs, hier unten sind sie halt. Das Fenster ist halt nicht schlecht. Direkt hier oder unter? Ist ich hier? Ah, das haben die, naja, haben die das verstärkt? Gar nicht. Wir sind schon zweimal weg von denen. Soll ich das, soll ich das aufspringen? Oder macht ihr das? Vorsicht. Ist schon einer drin? Was war denn das? Oh nein. Kann er nicht wahr sein. Ich wollte gerade den Haken setzen. Kann mich einer aufheben? Oh, der hat Scheiße. Wo bist du denn? Er steht da so sinnlos vor dem Fenster rum. Er hat genau das versucht, was ich wollte. Wisst ihr? So ähnlich wie das auch gerade passiert. Das ist eine Scheiße. Ich brauch dich. Wir sind die Letzten. Wir sind die Letzten? Okay. Ja. Die wurden gerade alle drei gleichzeitig getötet. Was? Kein Feind entdeckt? Wie geht das denn? Markier den doch. Oder? Faktisch, ich hab einen markiert. Der sitzt genau hier. Ist er mit der Bombe da? Ja. Ich markiere mich gerade. Beim Stacheldraht. Okay, siehst du nicht. War doch ganz gut platziert, mein Gerät hier. Das hier war schlecht platziert. Okay. Kasten. Das war der eine, der da ist, oder was? Äh? Was? Äh? Babax, wo war der? Keine Ahnung. Scheiße. Ich weiß es nicht. Der wurde einfach... Ach, der hat durch so ein Miniloch geschossen, durch die Wand. WTF. Krass. Nö, der hat von der Ecke geschossen. Eih, Eih, Eih. Eih, Eih. Eih, Eih. Der mich getötet hat, der hat so ein Miniloch geschossen. Du, du, du bist in Haus, Roni, gefallen. Ich bin wieder Rekrut-Spiel. Was? Du bist vom Haus gefallen? Ja, ich bin vom Haus gefallen. Ich bin ganz nah an die Kante gerannt, auf Space gedrückt, für den Haken dran zu machen. In dem Moment fällt er schon. nicht so, ui. Baf, kaputt. Sind wir Verteidiger gerade? Ja, ne? Ja, wir sind Verteidiger. Jetzt wissen wir Verteidiger, das haben wir direkt verloren. Boah, so ein Kack, ey. Eine gute Runde. Und ich hab doch gerade gesagt, da kommt der Bumerang zurück, ne? Das erste Mal war sich Runde so gut und jetzt sagt die Fresse, ihr kriegt. Aua, aua. Ja, man merkt sofort, wenn die Leute besser sind, ne? Also, wenn die wirklich eingespielt sind. Hier raus, raus, die Tür. Die Tür runter. Die Tür, die Treppe runter, da kannst du das Ding hinstellen. Ja, eben bei der Tür. Wo die Treppe runter geht? Nein, nein, oben, ist egal. Stell dich hin irgendwo. Jetzt in meine Richtung, kommen meine Richtung, kommen meine Richtung. Hier ist noch eine Treppe. Hier einfach hierhin stellen. Ist da. Sehr gut, das war's. Da komm nicht hoch. So, wo ist die Bombe? Da ist sie. So, Wand verstärken. Hm, hm. Wand verstärken habe ich auch noch. Okay, Rüstung. Okay. Gucken, wo sie sind. Scheiße, wir haben hier jetzt natürlich drei Fenster, ne? Hm. Alle in einem Raum. Oh, ich hab noch ein Schild. Ich glaube, ich geh extra mal woanders hin. Guck, 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 wie die kommen. Die kommen direkt nach oben. Ach, du, ich stehe da ein Schild hin. Von wo kommen die? Oh, fuck, 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 oh. Lol. Vorsicht. Ernsthaft. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme auch. Kann ich. Vorsicht, Vorsicht. Alter, die scheiß, scheiß Christbomben, Mann. Das sieht schlecht aus. Oh, ich habe einen eigenen getötet. Nicht schlecht. Wie liebsten, dass wir getötet. Ach, ey, bin ich ein blindes Lohn. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt. Wo sind die? Keine Ahnung. Von hinten, von vorne, von allen Seiten. Wir haben uns sowas von fertig gemacht. Wobei der Ort zum Verteidigen richtig scheiße ist. Der holte einmal seine Fünfergranaten, die Viererkranate rein. Alle tot. Wir hätten die Fenster verstärken können. Okay. Krass, krass, krass. Wer kann überhaupt die Fenster verstärken? Alle. Nee, bei mir steht da immer nur abweißen. Ich habe bloß dieses komische Schild. Ach so, nee, sorry. Die Wände kann jeder verstärken. Ja, aber die Fenster. Ja, machen wir noch eine Runde, ja, ne? Klari. Ja. Klari. Bei so einem schlechten Start hier. Ja, das war ja verrückt. Warum macht ihr denn erneut gegen feindliches Teamspielen? Das machen die anderen. Ach so. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich auch nicht. So. Geht weiter. Jetzt haue ich die Dinger durch die Scheibe. So, da kenne ich nichts. Gar nichts. So. Der King mit dem D. Der King mit dem D. Für den Namen, ich weiß nicht, wenn wir da auf die... Bestimmt der King. Ja. Der ist bestimmt King-mäßig tot. Vor allem Rekrut. Oder er schießt uns. Genau. Allesamt. Vor allem haben wir schon einen Punkt. Wie geht das? Nö. Na eben. Ich fang mit Runde 2 an. Hä? Wahrscheinlich 4 gelieft, weil der... Ja, wahrscheinlich. Stimmt, weil der hat er erschossen. Nee, geht ja nicht. Weil er der King ist. Ja, der King hat alle erschossen. Wir haben schon gewonnen. Eine Runde, das ist ja prima. Ich schiebe schon Punkte aus. Wo soll denn hier? Ach, du scheiße. Hä, was ist das denn mit der Map? Oh. Geh ich... Oh. Runde gefallen. Ach da, ich hab's Haus gefunden. Ach. Das ist das... Ach, guck mal. Until down hier. Das Chalet. Das ist das. Until down hier. Auf jeden. Oh, ich hab hier fest. Das ist ja schön. Willst du die anschieben? Ich mach mal nach unten in den Keller. In den Wettrennen hier. Zum Lachen in den Keller gehen. Ach, sieht schon mal schön aus. Ich komm nicht dran, aber ich weiß, wo sie sind. Ich weiß auch, wo sie sind. Ach, ich bin jetzt so ein Scheiß Störsender reingefahren. Ich auch. Ja, ich krieg hier auch gerade Störsender-Signale. Kommen wir da nicht mehr raus? Nein. Ah, ich weiß, wo sie sind, ja. Da hatte ich gerade Störsender-Sachen. Ich kenne die Map zwar nicht. Ich folge mal dem King. Äh, den King. Ja, der weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß auch, wo sie sind. Da... Genau, geradezu. Da, genau. Wir sehen sie am Öffner, dich. Bamm. Bamm. So. Wir sind jetzt hier oben der Ecke. Da sind sie schon. Da hinten. Wo runter oder wo? Warte, ich hab... Hier gerade aus. Hier gerade ausreicht. Warte, du lässt das Schild vorgehen. Mach den Störsender weg. Ja, wo ist der Kollege? Vorsicht. Hier, wenn du hier durchgehst, hier unten unter der Tür steht eine Haftmine. Warte, ich muss raus. King ist tot. Äh, King wurde da oben getötet, WTF. Dann rennt da nur einer durch die Hütte. Soll ich meinen Termin mal da einsetzen? Äh, ich höre ihn hier rumlaufen, ne? Wir müssen aufpassen, dass er nicht von hinten erschossen wird. So, ich schmeiß jetzt, ich versuch mal eine Granate da reinzuschmeißen. Achtung, jetzt kommt Experiment. Äh. Mal gucken, ob das geht. Ich kann auch hier meinen Termin dran setzen, rechts an die Wand, wenn du möchtest. Oh, weg, 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 weg. Das hat nicht funktioniert, Helm. Nicht funktioniert, okay. Aber wir können jetzt wenigstens schon mal durch die Wand gucken. Wo war jetzt eine Mine? Ja, ich hab einen, oder? Ne, ich hab ihn auch getroffen. Oh, von hinten, die... Oh, nein, da rennt einer so rum, Vorsicht. Pass auf, halt mal die Tür in den Schacht, ich mach mal hier. Wo ist der Typ hin, der ich getötet hat? Na, warte, ich versuchte die Kamera zu kriegen. Unten, also unten. So, geh weg, ich hab Termin, wo wir rein sind, wo wir rein sind. Okay, zünde. Ich hab eine Granate fertig, die ist gezogen. Geht rein. Pass auf, der war da bei euch irgendwo. Sehe keinen. Bam, oh. Nice. Handy. Huhuhu. Softgabax da in dem Raum, wo die Treppe ist, war der. Ne, links. Jetzt rechts da in dem Raum. Hier? Ja. Was macht die Tür hier weg? Geht das nicht? Wer schießt denn auf mich? Ja, ich hab den. Du hast... Ja, wie du hast den. Ich hab den gekillt. Ich hab den doch gekillt. Ne, da war er. Gerade zu, genau. Sorry. Scheiße. Jetzt bist du tot. Ja, der. Warte, Granate? Flash? Na, sorry. Ich hab versehentlich auf dich geschossen, weil du bist vor das Loch gerannt. Verschentlich. Ah! Oh, ich hab ihn noch gesehen. Wo ist der denn? In der Ecke. Der ist hinter dem Schild. Ja, der ist, ähm... Hinter dem Schild. Toll. Denkt dran, es sind aber auch zwei. Genau, hinter dem Schild in der Ecke. Also, ob ich irritier den jetzt. Ach, genau. Wo du jetzt guckst, dann so links hinter dem Schild ist da drin. Genau, da hinter. Siehst du? Erster. Toll. Ist das der Letzte? Ne, doch. Ne. Weil Leute noch, da läuft einer. Einer läuft noch. Den gehört? Oh, hast du verkötet. Der Tier angekriegt. Das war immer noch der Typ hinter dem Schild. Der ist vom Schild weggegangen. Nein, der ist vom Tresen daraus. Da liegt er nicht. Ja, schade. Naja, hol mal auf jetzt. Ich hab schon noch einen Helm eingeschossen. Jo. Ich hämme die Wand auf zu belohnen und schieße mir den Rücken hin. Ja, kannst du mal sehen. Wer solche Freunde hat... Ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht... Keine Feinde. Der stand genau vor dem Loch und ich hab abgedrückt und du machst natürlich einen Schritt nach rechts. Oder nach links. Keine Ahnung, oder welches Ende das war. Ich hab das Loch aufgehämmert und hab mich wieder zurück in die Ecke gestellt. Damit ich nicht getroffen werde. Logischerweise bleibe ich mich vor dem Loch stehen. Und dann ging auf einmal Puff, Puff, Puff. Krieg ich Schüsse. Ja, ja. So, es kommt halt auch vor. Oh, jetzt aber. Hier direkt an der Treppe. Hier direkt an der Treppe. So, und weiter weiß ich nicht. Ich muss gucken. Hallo? Ja. So, jetzt. Ich hab hier einen hin. So, angezogen. Oh, hier ist ich ja. Ich mach hier das Ding zu. Hier ist das Störsender. Zack. Das sieht gut aus. Hier auch noch. Ja, genau. Gut, super. So, können die noch irgendwo durch? Nee. Oh, dicht? Oh, ja, die können hier. Oh, Vorsicht, da kommt ein Fahrzeug. Ich hab Störsender überall hin. Eigentlich können die da gar nichts mehr anrichten. Okay. Das können wir hier nicht zumachen, dieses Treppenhaus. Warum hat er denn das zwei Stück daneben einander gesetzt? Ja, was? Der spielt den Jäger und hat zwei Stück an eine Wand gesetzt von den Elektrodingern. Müssen wir echt aufpassen, hier können sie durch. Okay, machst du. Ich bin, ich bin, ich bin am Suchen, ich sehe aber keinen. Keine Sau. Das Gerät ist in Position. Oh, er hat da Elektro gemacht, sehr gut. Die ganze Treppe ist voll Elektro. Oh, ja, wenn sie da lang laufen. Vorsicht. Ich bin kein Menschen, ich kann nicht. Nützt nichts. Ähm. Du willst nicht so viel rumlaufen. Du hast noch einen, äh. Also, wenn sie uns nicht hören, dann sehen sie uns, finden sie uns vielleicht nicht. Okay, die kommt hier durch die, durch die, durch die Vordertür. Achtung, da ist so ein Schildtypi. Ah, scheiße. Mann, der wirft die immer zu weh. Der wirft die zu, no. Oh, Mann. Von hinten, von der Treppe. Meine Fresse geht mir das gerade auf den Sack. Aber Chris, du stehst mir im Weg, ne? Ich sehe nichts, ich bin blind. Ich sehe nichts, ich bin blind. Wir springen, vor uns weggucken. Ab einen. Okay, hat er mir geklaut. Letzter verbleibender Gegner. Sehr schön. Ah, fuck it. Einer von der Treppe noch. Ich gucke neben euch an die Tür. Jo. Kannst du die Tür wieder zumachen, Chris? Mach die mal wieder zu, Chris. Hier? Die Tür, die andere, die offene ist. Welche offene, die da hinten? Die offene, wo der Rauch ist. Wie soll ich denn die zumachen? Ja, zumachen, mit F wieder. Nichts mehr. Hast du nicht mehr übrig? Ich habe eine taktisch wertvollste Kamera wahrscheinlich hier in den Arsch gemacht. Verbot gemacht. Ich habe vor allem C4 auf dem Kanister liegen. Warte, ich gucke mal, ob ich vielleicht noch... Halt nur die Tür im Auge. Hab ihn. Hab den, sehr schön. Läuft. Super. Hat nur eine Fehlgranate dabei gewesen, aber... Aber kann es sein, dass die uns gar nichts abgezogen hat? Also mir zumindest nicht. Was denn? Welche Granate denn? Die Giftgranate? Die Giftgranate, ja. Ich bin ja drumherum gelatscht. Kann ich nicht beantworten. Dir selber wird es bestimmt nichts antun, das Ding. Doch, glaube ich schon. Er hat doch bestimmt eine Gasmaske. Ich habe da eine Gasmaske an. Das kann sein. Helm aber auch. Deswegen uns wahrscheinlich nicht. Das wäre natürlich krass, wenn das daran liegt. Das muss Spaß probieren. Also ich muss schon sagen, die erste Stunde und so von dem Spiel ist echt schon genial. Also es macht wirklich Spaß. Richtig geil, ne? Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Also was mir hier echt besonders gefällt, ist dieses Teambasierte. Ja. Was nicht so besonders gut klappt, wird auch. Ich gehe gerne nach ganz oben. Oh, ich höre sie. Oh, jetzt lagst du es bei mir aber auch ganz schön. Hat er gefunden? Läuft. Ganz oben. Oben, oder was? Ganz oben. Okay. Jetzt fahren sie alle ganz nah oben. Ja, natürlich. Ja, ich sehe es schon mit. Ich stelle mich hinter denen in die Ecke. Hier, einparken. Sehr schön. Schluck hier. Meine Kamera steht noch da. Ich habe sie übersehen. Volle, volle. Guck nochmal. Ich brauche wieder ein Fenster. Jetzt tief nach unten. Klink, 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 klink. Meine Kamera hat mich doch kaputt gemacht. Okay. Bin ich alleine, ne? Ich bin alleine auf dieser Welt. Oh nein. Ich mache Schluss, ne? Wow. Ich bin aufruf. Oh, oh. Scheiße. Nicht runterfallen. Hä? Was? Lol. Von wo? Von wo? Der ist wo ganz anders. Der ist irgendwo oben in einem Raum. Der hängt extra random in irgendeinem anderem Raum. Äh, Raum. In einem anderen Raum. Ach, den habe ich zu spät entwickelt. Ach, kotzt doch die Mund an. Ey, die hängen überall irgendwo, ne? Krass. Oh, Chris Plays Kamera ist noch da. Ab ihn. Der ist sicher. Soll. Dem hast du auch eigentlich ein Handy gegeben, ne? Hinter dir. Von hinten, ja. Ja, die, gesagt, zwei Leute sind random irgendwo anders. Ab ihn. Hinter dir. Da fährt nur einer mit der Kamera rum, wie gell ist das denn, übel, wer ist denn das, ach der, der King, der fährt nur mit der Kamera rum Ja, ich hab einen markiert Links von dir, links oben Und rechts von dir, also, warte mal, hey Warte, hier ist einer, ich markiere, ne, zack Wie kann man denn markieren? Mit X, dann gedrückt halten Ab ihn Sehr schön Nachladen Sehr gut War er noch? Da ist noch einer Was, ich hab einen, ganz ruhig, ganz krass Dann schlag ihn tot oder so Lass doch noch Pistole Messer, Messer mit V Mit V, geh gerade aus Ja, mit V Dann kommt der andere Ja, egal, rennen hin Kann genug sein Da hast du dir gedacht Los, er liegt nach Sein Kollege Ja, von beiden Seiten Wie viel hast du denn da rumgebracht, dass die Munition komplett verschossen hat? Die Piste hat nicht so viel Ja, immer auf den Kopf ziehen, Einzelschuss Ja Ja, das ist ein ganzes Ich muss mit meinem auf jeden Fall zu irgendeinem Fenster Das ist A und O bei dem Naja, immerhin haben wir noch einen Ausgleich Du willst doch nur rumspringen Ja Jetzt kommt drauf an Kommt ein Matchball Ja, es ist das so Aber der mit dem Ihr müsst echt eigentlich hinter mir Mindestens zwei müssen hinter mir bleiben Ich bleib hinter dir immer Also die ganze Zeit eigentlich Weil du bist bei Und ich bleib hinter Helm, ganz einfach Ich bleib hinter Helm, ganz einfach Genau, deswegen Wenn der Helm immer sofort als erst erschossen wird, kann ich ihn aufheben Genau Ach, da vergisst du also alles Okay Muss man bescheiden Hier unten nix Hier kommt er unten Alles klar Ich gehe nach ganz oben Ah, nach unten Ah, ich habe hier Bei mir Etage, welche? Ähm, Küche Etage, Küche Keine Ahnung, was ist Meine Presse, weiß doch ein bisschen Ob die Treppe hochgefahren ist oder nicht Nein Da ist doch was markiert schon Da ist doch was markiert Ich habe doch was markiert Welche Etage, Küche Ehrlich Einsatz in fünf Sekunden Mann, ich wollte da runterspringen Ich gehe mal hinten ins Kino In welches Haus Ne, in welches Kino gehen wir denn Das mit der Leinwand So, das Helm Ach, guck mal, er läuft da durch So, Helm, ich komme Komm mit Helm Ne, ihr Chris und Achso Ihr könnt doch trotzdem bei euch bleiben Auch ein Fenster Ein strategisch wertvolles Fenster Da hinten ist schon ein geiles Fenster Oh, ein geiles Fenster Ich kann sich die Wand hier auch kaputt hauen Ah, hier ist er schon zu Ne, hier ist zu Dann müssen wir einen weiter Wie, hier kann ich auch fahren Hier, kann man hier durch Hier durch die Decke Jetzt bleib ich bei Helm Die sind alle hier hinter der Tür Ich kann die Tür aufheimern, wenn ihr wollt Ich lenke die mal ab von der anderen Seite Gehen Alter Hilfe Komm raus Ich heb dich auf, wenn du aufhörst zu zappeln Wegzukriegen Ich nehm dich hier raus Ich hab dich ja gar nicht gesehen Deswegen Gibt's noch einen anderen Eingang, wo ich meinen Termit ansitzen kann Äh I don't know Vielleicht hier an der Wand Was von hinten Ey, das ist so ein blöder Penner Dieser Kite Der ist nicht bei den anderen Vorsicht Ne Du musst echt aufpassen Der Typ, der ist nicht bei den anderen Der rennt wieder durchs Haus Wir haben hier echt ein Problem Wir haben hier gerade die doofen Wand aufgegriffen Verdammt Ganz ehrlich Ach Fuck Wo ist der? Ach, da ist, wenn du sucht, der Stein Der immer noch in der Ecke, da? Ja, ja Vorsicht, dieser eine, der rennt ganz abseits von den anderen Pass auf, die haben hier eine Miene zwischen dem Bei dem anderen Eingang irgendwie Der blinkert Ja, als ob ich ihn nicht getroffen hätte Ach doch, ich hab ihn getötet Aber der Kollege hat mich getötet Wohnraumverschönerung Macht einen auf Tine Wittler Geht nicht Geht leider nicht Wir müssen immer ein bisschen Tine Wittler mit Helm Ich höre ich überhaupt keinen mehr Wenn jetzt nur noch Quark Da kommt einer zum Beispiel Quark, 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 quark Oh, was für eine Scheiße Durch die Wand geschossen Der Koki-Tier Oder das Koki-Tier Okay Aber, ey, Leute Man kann, ähm, habt ihr das gesehen Man kann, äh, die, diese ganze Holz Palisade, hätte ich fast gesagt Die ganze Holzverkleidung Auf dem Boden Kannst du alles wegknallen Und dann kannst du den Leuten quasi von oben auf den Kopf schießen In den Kopf schießen, ja Ja Nur ich wusste halt nicht genau, wo sie sind Deswegen, das war mein Problem Ui, was ist denn hier los Herausforderungen Was, Herausforderungen Ich nix, Herausforderungen Ja, ne Das war's ja für diese Runde, ne Würde ich sagen Ja, würde ich auch sagen In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Habe die Erde Tschüss sociais TI J J J J J J Vielen Dank.